Leere Erde von Horst Rehmann Vorgetragen von Green World Facts TV Die Erde ist jetzt völlig leer, kein Laut, kein Schrei, es tönt nichts mehr. Ausgelöscht ist alles Leben, nur noch dunkle Wolken schweben. Sonne ist nicht mehr zu sehen, im Wind hat aufgehört zu wehen. Gewässer sind schwarzbrauner Schlamm, verbrannt, verkohlt ist jeder Damm. Die Feuerkugeln sind verglüht, kein einziger Funke, der nur sprüht. Leblos dreht sich der Erdenball, nun Jahrmilliarden, durch das All. Wenn man so in die Zukunft sieht und dieses Szenario geschieht, dann ist die Frage, die erwacht, was haben wir nur falsch gemacht. Diesmal sind wir in der Zukunft angelangt und sie sieht echt düster aus. Ein kluger Mann hat mal gesagt, warum verstehen wir nicht, dass, wenn mal die Tiere gehen, auch unsere Zeit gekommen ist. Wir haben bereits ein Artensterben und es kann sich nur noch um Jahrzehnte handeln, bis alle Arten ausgelöscht sind. Wir können nur mit anderen Nebenwesen überleben. Die Erde wird sich wieder erholen, aber wir sind abhängig von unserer Umwelt. Und deshalb gilt es sie zu schützen. Mit diesen Worten freue ich mich auf morgen. Schreibt mir doch mal in die Kommis, wie ihr den Adventskalender bis jetzt fandet und denkt dran, ich nehme gern auch eure eigenen Gedichte entgegen. Also bis morgen zu Türchen 10. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020